Ich persönlich muss sagen, ich bin ein großer Fan dieser Jahreszeit. Langsam, aber sicher wird es nämlich immer wärmer. Und wer dann noch die passende Garderobe braucht, der könnte schon einmal bei Sorelle Ramonda in Wöllersdorf vorbeischauen. Mache ich auch immer und sich dann so ein Frühlingsoutfit aussuchen. Der Frühling startet heuer in Pastel. Ein Traum in Pfirsich ist dieser Hosenanzug vom italienischen Designer-Label Patrizia Pepe, ganz neu bei Sorelle Ramonda. Kombiniert mit einer schicken Bluse von Penny Black und der kleinen schwarzen von Coccinelle und fertig ist der perfekte Look für Erstkommunion, Firmung und sonstige Anlässe. Zarte Frühlingsgrüsse schickt Penny Black mit der Marlene-Hose im Blümchenprint. Ein absoluter Klassiker, die Jeansjacke mit Swarovski-Steinchen. Baumwolle und Leinen bestimmen seinen Look in der kommenden Saison. Nur nicht zu streng soll es sein, legeer und trotzdem elegant. Nicht nur schick, sondern auch bequem ist das Sakko von Fradi. Dazu trägt man eine Big Bag, wie diese handgefertigte von Campo Maggi. Das Must-Have der Saison sind Accessoires im Schlangenprint. Perfekt für frische Frühlingstage ist der klassische Trenchcoat von Hugo Boss. Die italienischen Lederschuhe von Enzo Di Martino runden den Frühlingslook ab. Mit dem beigen Anzug von Hugo Boss setzt man frische Akzente. Schick genug für jeden Anlass ist der Blazer von Cocker kombiniert mit einer verspielten Bluse von Patricia Pepe. Der Frühling ist da bei Soarelle Ramonda in Wöllersdorf. Arbensmalung. Anlass die Soarelle Ramenkamp. Schick genug für 250 долларов. Man die darbe pourquoi verstehen.